Also wir sehen den Co-Piloten in unserer gesamten Microsoft-Plattform als ein Um und Auf und die klare Technologie, die tagtäglich im Leben genutzt werden wird. Das heißt, sie fließt in alle unsere Produkte ein, egal ob das jetzt im Bereich Business Applications ist, das heißt Custom Experience, Sales Marketing im ERP-Umfeld, aber genauso in den täglichen Office-Applikationen. Das heißt, der Co-Pilot wird am Ende des Tages einfach tatsächlich ein Pilot, der neben einem sitzt, im täglichen Arbeiten mit den Tools, mit denen nun hin jeder tagtäglich arbeitet.